Einen zweiten Teil des bereits gezeigten Bandschwaders habe ich mir nicht nehmen lassen. In diesem Video wird allerdings zudem einiges von der Ernte selbst gezeigt. Auch der Bearbeitungsstil ist auffällig dem Dubstep Beat angepasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist zufällig einer der Zuschauer hier ebenfalls mit einem Bandschwader unterwegs? Wenn ja, mit welchem? Und wie gefällt dir die Bedienung? Beziehungsweise kommst du mit der Bedienung der ganzen Komponenten zurecht? Beziehungsweise kommst du mit der Bedienung der ganzen Komponenten zurecht? Beziehungsweise kommst du mit der Bedienung der ganzen Komponenten zurecht? Beziehungsweise kommst du mit der Bedienung der ganzen Komponenten zurecht? Beziehungsweise kommst du mit der Bedienung der ganzen Komponenten zurecht?